Der Vorteil ist natürlich, dass das Medikament zu Hause eingenommen werden kann. Wichtig ist, dass man den Anweisungen des Arztes genau befolgt, dass man das Medikament regelmäßig zur selben Tageszeit einnimmt und dass man die Lagerung beachtet, das steht dann im Beipackzettel. Man muss aber trotzdem Kontrolluntersuchungen durchführen, um eventuelle Nebenwirkungen dann mit entweder der onkologischen Pflegeexpertin oder dem behandelten Onkologen zu besprechen. Zu beachten ist auch, dass man Medikamente entweder auf nüchternem Magen einnimmt mit einem großen Schluck Wasser oder zu einer Mahlzeit einnehmen muss. Das wird beim Aufklärungsgespräch mit dem Arzt besprochen. Für zu Hause ist dann auch wichtig, wenn man Chemotabletten zum Einnehmen hat, dass man einfach Handschuhe beim Herrichten trägt, um eventuell irgendwelche Verletzungen an den Händen zu vermeiden. Zur Einnahme kann man auf jeden Fall bei den Medikamenten ein großes Schluck Glas Wasser dazu trinken, um eventuell Magenbeschwerden zu vermeiden. Falls Sie Probleme mit dem Schlucken haben, besprechen Sie das auf jeden Fall beim nächsten Arztgespräch und sprechen Sie den Arzt darauf an, ob es auch die Möglichkeit gibt, dass man die Tabletten auflösen kann. Das ist eine ganz ausgiebige Frage, weil das wieder bei jedem Medikament unterschiedlich ist. Das wird in den Beibachtexten erwähnt. Das wird natürlich auch in den Aufklärungsgesprächen mit Ihrem behandelten Arzt ganz genau erwähnt. Das können Medikamente sein, die teilweise vom Patienten schon eingenommen werden, wie Antiepileptika oder die berühmten Protonenpumpen, Hämmer, das sind diese Magenschutzmedikamente etc., die könnten schon eine Interaktion mit dem neuen Krebsmedikament, das Sie einnehmen wollen, auslösen. Und andererseits kann es auch etwas sein, was man dann irgendwie zusätzlich nimmt. Also das könnte es sein, die berühmten Zitrusfrüchte wie Grapefruit, da weiß man ganz genau, dass das mit der Elimination dieser Medikamente aus der Ausscheidung der Krebsmedikamente Interaktionen macht. Manchmal ist es auch das Johanniskraut, das hier nicht empfehlenswert ist. Und der Magenschutz, den ich schon erwähnt habe, dass also die Magensäure im Magen verändert, führt dann auch oft zu unterschiedlichen Aufnahmen dieser oralen Medikamente in den Blutstrom. Also diesbezüglich ist es einfach ganz, ganz wichtig, dass man dem Arzt gut zuhört und die Dinge wirklich beherzigt, die da besprochen werden. Was ist das für die Erkrankung der Medikamente?